Im ARD-Presseclub waren diese Ikonen hier zu Gast. Zum einen Hamed Abdel-Samad, ein auch von mir hochgeachteter Publizist, sehr viele gute Bücher geschrieben. Dann Beatrice Achterberg, Neue Züricher Zeitung, die ja Behörden Höckes Ausführungen über Eidal und Özogus als blanken Rassismus bezeichnet hat. Stefan Anpalagan, freier Journalist und Autor, mein aktuell Lieblings freier Journalist und Autor. Und Franziska Clemens von Table Briefings. Von der Dame habe ich vorher noch nie etwas gehört, ihr ziemlich sicher auch nicht. Nach diesem Video, glaube ich, aber wird sie euch zumindest für eine gewisse Zeit lang im Gedächtnis bleiben. Sie hat nämlich mit dieser Aussage im ARD-Presseclub punkten können. Wenn wir jetzt schon über Maßnahmen sprechen, dann würde ich gerne nochmal einen Faktor einbringen, der ganz oft fehlt. Nämlich zum Psychologischen. Psychologie kann sicherlich nicht alles lösen, aber vieles lindern. Werden wir mal ein bisschen konkreter, das geht auch auf einiges ein, was die Weide gerade sagten. Wenn ich jetzt als geflüchtete Person erlebt habe, erst Krieg, dann eine gefährliche Überfahrt, vielleicht noch Angehörige ertrinken sehen. Dann habe ich mit einer großen Wahrscheinlichkeit eine ordentliche posttraumatische Belastungsstörung. Die geht nicht einfach weg, indem Gras drüber wächst. Die braucht Behandlung. Und Rückzugsräume. Ich wage zu behaupten, wenn ich diese Menschen in eine halbwegs menschenwürdige Wohnung setzen würde, vielleicht ein bisschen Anschluss zum Arbeitsmarkt und einmal die Woche zum Therapeuten gehen lasse, dann ist da durchaus eine große Wahrscheinlichkeit, dass es zu diesen Ausschreitungen, einander mit Messern anzugreifen, vielleicht seltener kennt. Die junge Dame möchte, dass alle Migranten, die nach Deutschland kommen, im besten Fall direkt in eine eigene Wohnung gesteckt werden. Über größere Ausstattung, darüber möchte ich jetzt nicht mutmaßen. Aber sie sollen auf jeden Fall alle eine eigene Wohnung bekommen. Dann sollen sie zügig Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten und einmal die Woche zur Therapie gehen dürfen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, als es die Flutkatastrophe im Ahrtal gab und im Nachhinein schon medial darüber berichtet wurde, dass es viel zu wenige Therapieplätze gäbe in der Region für die Menschen, die betroffen waren von der Flut, die aufgrund ihrer Erfahrungen, der Ereignisse dort, der Beobachtungen, die sie dort machen mussten, gemacht haben, ebenfalls schwere psychische Probleme danach hatten, irgendwie damit umzugehen mit der Situation. Schon für diese Leute hatten wir zu wenig Therapieplätze, weil es sie einfach schlicht nicht gibt. Wir haben in Deutschland viel zu wenig Therapeuten. Bei 300.000 bis 400.000 Menschen, die dann pro Jahr hierher kommen, sollen wir also diesen Leuten einen Therapieplatz, Wohnungen und Arbeit garantieren können? Seit 2015 sind über 10 Millionen Menschen nach Deutschland gekommen. Das Fachkräfteproblem ist immer noch nicht gelöst worden, was ja bedeutet, dass die Zuwanderung für unser Fachkräfteproblem definitiv keine Lösung ist. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist, dass diese Menschen, nachdem sie drei Monate hier sind, bereits arbeiten gehen dürfen. Im Vorfeld wurden auch diese kleinen Kacheln noch auf der Plattform Twitter geteilt. Dort behauptet Stefan Anpalagan, oder eines seiner Zitate, Wer Ausländer nicht arbeiten lässt und ihnen bei der Integration Stein in den Weg legt, darf sich nicht wundern, wenn diese Menschen auf die schiefe Bahn geraten. Das ist allerdings grober Unfug. Jeder anerkannte Asylbewerber in Deutschland darf nach drei Monaten einer Arbeit nachgehen oder einer Ausbildung machen, sofern derjenige nicht mehr in einer Erstaufnahmeeinrichtung lebt. Und im Schnitt werden diese Erstaufnahmeeinrichtungen nach einem Zeitraum von etwa sieben Monaten verlassen. Trotzdem haben wir unzählige junge Männer, Migranten, Zuwanderer, die nicht im deutschen Arbeitsmarkt integriert sind. Und diese desillusionierte Vorstellung, wir könnten all diese Menschen integrieren, Hunderttausende jedes Jahr, ist vollkommen geisteskrank. Ergänzend sei noch zu sagen, wo wir gerade bei desillusionierten Forderungen waren, ihr erinnert euch sicherlich an mein Markus-Lanz-Video, für die, die es nicht gesehen haben, können sich das hier oben einmal anschauen. Die Soziologin, Kriminologin Nicole Bögelein fordert nicht einen Therapieplatz und für jede Wohnung und mehr Arbeitsplätze, sondern sie fordert zwei Assistenzkräfte pro Klasse, um der Gewalt an deutschen Schulen entgegenzuwirken, um diese zu bekämpfen. ... dass mehr, also alles, was wir tun können, was in dem Bereich Unterstützung von Jugendlichen und Heranwachsen von Erziehung nur gut sein kann. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, mehr LehrerInnen zu haben, aber auch Unterstützung von Lehrern, denn wenn Sie sagen, 20 verschiedene Sprachen vielleicht in einer Schule, die gesprochen werden, das ist ja auch möglicherweise eine Folge davon, dann ist ja klar, dass das ja auch nicht die Lehrkräfte alleine schultern können, sondern da muss vielleicht in einem Klassenraum auch noch eine Assistenzkraft oder eine zweite Assistenzkraft sein. Nee, ist schon klar, da kommt man dann ganz schnell über viele Leute nicht. All diese Aspekte kommen da mit rein und das ist eben, insofern, Kriminalität ist ein soziales Problem und dem müssen wir mit sozialen Antworten begegnen und nicht mit einer Hott-Rauf-Debatte. Vielen Dank an dieser Stelle an den ÖR-Blog, die immer qualitativ hochwertigste Beiträge produzieren, um eben auch auf die Probleme durch die Bank, die wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, hinzuweisen. Aber wir haben aus diesem ARD-Presseclub noch mehr Zitate, zum Beispiel dieses. Wir hatten früher deutlich mehr Kriminalität bei deutlich weniger Ausländern. Sie haben die Zeitachse gerade gezeigt, was darin fehlt, ist die Bevölkerungsentwicklung. Wir sind mittlerweile vier Millionen Menschen mehr als früher. Das heißt, man müsste seit 2009 die Bevölkerungsentwicklung entgegensetzen und dann stellt man fest, die Kriminalität wächst proportional gar nicht so viel stärker. Interessanterweise bei den Deutschen mehr als bei den nicht-deutschen Tatverdächtigen. Ich habe mir die Zahlen angesehen, ich habe die von 2009 und 2023 miteinander verglichen. Insgesamt haben wir in Deutschland einen Bevölkerungsrückgang der deutschen Bevölkerung um 4% im Vergleich zum Jahr 2009. Und unter Deutsche fallen dann eben Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit, Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter. Diese Gruppe ist um 4% zurückgegangen. Die Kriminalität dieser Gruppe ist insgesamt um 23% zurückgegangen. Im Jahr 2009 hatten wir 7,125 Millionen Ausländer in Deutschland und im Jahr 2023 knapp 12,7. Das ist ein Anstieg von 44%. Gemessen an den Tatverdächtigen haben wir allerdings einen Anstieg von fast 70%. Dabei sind die ausländerrechtlichen Straftaten rausgerechnet. Im Jahr 2009 waren es 410.000 nicht-deutsche Tatverdächtige und im Jahr 2023 waren es fast 700.000 nicht-deutsche Tatverdächtige. Egal wie wir es drehen und wenden, egal aus welcher Perspektive wir uns diese Zahlen angucken, junge Männer sind häufiger tatverdächtig. Im Vergleich zur deutschen Bevölkerung sind allerdings nicht-deutsche junge Männer wesentlich häufiger, mindestens dreimal häufiger, tatverdächtig. Woran kann das liegen? Anscheinend nicht nur an der Tatsache, dass es sich dabei um junge Männer handelt. Das heißt, wir brauchen auch noch mehr Kriterien, auf die dieser Fall zutreffen könnte. Dieses ständige Relativieren, statt Probleme zu benennen, geht mir so dermaßen gegen den Strich. Und immer wieder zu behaupten, dass nur mehr Integrationsmaßnahmen diese Probleme lösen könnten, ist eine dreiste Lüge. Kein Land kann in so kurzer Zeit so viele Menschen tatsächlich adäquat integrieren. Und Integration ist nicht nur, ich lerne die Sprache und habe eine Arbeit. Integration bedeutet mich, ich passe mich der deutschen Leitkultur an. Und das passiert hier nicht. Das ist in den allermeisten Fällen seit den 60er Jahren, als die ersten türkischen Gastarbeiter hergekommen sind, nicht passiert. Im Gegenteil, es fand in vielen, vielen deutschen Großstädten eine Art Ghettoisierung statt. Es gab niemals ausreichende Integrationsforderungen an die Menschen, die hier in unser Land gekommen sind. Und das ist ein riesengroßes Problem. Vielleicht irre ich mich aber auch. Ich werde auch die Zahlen dazu unten einmal ausführlich auflisten. Und dann könnt ihr mir vielleicht sagen, an welcher Stelle ich dort falsch liege. Ja, im Endeffekt können wir uns darauf einigen. Wir brauchen einfach nur mehr Therapeuten und mehr Wohnungsplätze und wesentlich, wesentlich mehr Arbeitsplätze noch, die wir vergeben können, damit dann ausländische Fachkräfte, die möglicherweise hierher kommen, diese nicht annehmen, so wie sie es in den letzten Jahren auch nicht getan haben. Das war es mit dem Beitrag. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, solltet ihr den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Vielleicht factcheckt mich auch jemand und ich habe hier irgendwie Quatsch gemacht mit meinen Zahlen und irre mich da tatsächlich. Ich würde mich freuen, wenn jemand vielleicht eine Erklärung zu den Ausführungen von Stefan Anpalagan haben könnte. Wir sehen uns hier im nächsten Beitrag wieder. Bis dahin. Macht's gut. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017